Hallo und willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal von Ausgewandert nach Polen. Um was sich dieses kleine kurze Video jetzt dreht, seht ihr gleich nach meinem Intro. Also bleibt dran! Willkommen zurück hier auf meinem YouTube-Kanal. Falls ihr noch nicht abonniert habt, darum abonnieren, Glöckchen drücken, zwei Mausklicks. Und ihr verpasst keine Videos, besonders auch nicht die folgenden, die ich jetzt einmal kurz vorstellen möchte. Ja, Auswandern nach Polen. Was gehört dazu? Mut? Gehört auch etwas dazu. Ehrgeiz? Auch. Der Wille, dass ihr wirklich auswandern wollt nach Polen, das gehört auch dazu. Aber was wichtig ist, die Sprache. Polnisch ist eine sehr schwere Sprache, aber zugleich auch eine sehr, sehr schöne Sprache. Ihr seht gleich ein paar kleine Ausschnitte, wie sich Polnisch anhören kann. Hört euch die Sätze auf Polnisch an. Die werden auch alle auf Deutsch wieder übersetzt. Die Film-Doku ist sehr schön. Bringt auch richtig Spaß zuzuschauen. Da ich mir die Erlaubnis geholt habe, um diese zu veröffentlichen, werde ich auch nichts ändern. Ich werde sie auch nicht in HD hochladen. Diese Filme oder diese Serie ist nur in SD. Wann es genau losgeht, werdet ihr sehen. Wie gesagt, werdet ihr abonniert und das Glöckchen drückt. Guten Tag. Ich heiße Małgorzata Dąbrowska. Ich bin aus Danzig. Ich treffe mich gleich mit meinem guten Freund Hannes, hier auf dem Hauptbahnhof in Stettin. Wir wollen ein paar Tage zusammen Urlaub machen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Mein Name ist Hannes. Ich bin Janek oder Jan oder Jasiu. Ich bin von Greifswald. Herzlich willkommen zu unserem viele lernen Sprachkurs Polnisch. Schön, dass Sie uns ein wenig durch Stettin begleiten möchten. Wir wollen versuchen Ihnen den Weg in die polnische Sprache ein wenig zu ebnen. Unsere Erläuterungen und Übungen zwischen den Spielszenen sollen Ihnen helfen, polnisch zu sprechen und zu verstehen. Und nun viel Spaß und Erfolg beim Zuschauen und Lernen.